Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, ihr bleibt ruhig und gelassen und in eurer Mitte. Die Briten wollen die Russen ganz aus der Ukraine vertreiben. Die britische Außenministerin hat das betont, wie sie das im Einzelnen anstellen möchte, ohne vielleicht selbst mit der gesamten britischen Armee in den Krieg da hinein gezogen zu werden. Das ließ sie offen. Nur Waffenlieferungen allein werden da wohl nicht ausreichen. Ja, und somit ist auch die gestrige Entscheidung des Deutschen Bundestages eine falsche aus unserer Sicht, eine unsinnige und hoffentlich nicht eine, die wir in kurzer Zeit erheblich bereuen werden. 586 gut bezahlte Volksvertreter stimmten dafür, 100 dagegen und 6 enthielten sich wohl. Ja, das könnte bedeuten, dass wir im nächsten Winter vielleicht dann doch mit kalten Füßen da sitzen werden. Unseren Nachbarn frieren werden wir nicht sehen, denn es wird auch recht dunkel werden, wenn das Gas und die Kohle und das Öl aus Russland dann abgedreht werden. Wir hoffen, dass diese Entscheidung und die Aussage aus Großbritannien nicht dazu beitragen werden, dass sich die ganze Sache noch weiter ausweitet, dass das Ganze noch eskaliert. Wir drücken den Menschen in der Ukraine die Daumen, dass es bald vorbei ist. Kriegshandlungen sind und bleiben scheiße. Und wir hier werden niemals rufen, ja, wenn es heißt, wollt ihr einen totalen Krieg. In diesem Sinne, Leute, weiterhin ruhig bleiben, gelassen bleiben, aber standhaft und eure Meinung sagen. Geht hinaus und redet mit den Menschen. Dies ist jetzt vielleicht wichtiger denn je. In diesem Sinne, Leute, wir glauben, dass sich doch alles zum Guten wenden wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.